Mh, hinreißend. Ich nehm ihn. Und den nehm ich auch noch mit. Sie haben einen ausgezeichneten Geschmack, Miss Miss. Danke. Aber bitte sagen Sie Monika zu mir. Aus dem Mund von Männern klingt mein Vorname hübscher als mein Nachname. Bitte sehr. Packen Sie den ein, den hier behalte ich gleich an. Entschuldigen Sie, Miss Miss. Aber wer ist Jordan Roberts? Das ist unwichtig. Sie haben mir Ihre Kreditkarte gegeben. Das macht nichts. Sie können sie beruhigt nehmen. Tut mir leid. Aber wenn Sie Ihre Rechnung nicht selbst begleichen können, muss ich Sie bitten, den Mantel wieder abzulegen. Ach, wirklich? Mhm. Wie bedauerlich für Sie. Für 30.000 Dollar Pilze, da verlieren Sie doch sicherlich eine nette Provision.